Der letzte Drittel war dann eine zerfahrene Sache, nichts fürs Auge, eher Pflichtstoff. Bessina am unteren Bildrand von Nolan attackiert, rappelt sich hoch und kommt gleich nochmals dran. Wieder Nolan, der Täter. Sicherung durchgebrannt bei Bessina, die Teams übten schon mal das mit den Playoff-Emotionen. Die Folge für Nolan und Bessina war frühzeitiger Arbeit, Schluss und es gab viele Strafen.